Prinzessin Holly und König Auricul. Hurra! 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 Hier sind die Finalisten, Eure Majestät. Zum einen diese Tomate. Ah, sie ist, ähm, groß. Und zum anderen diese Erdbeere. Sie ist auch sehr groß und, ähm, rot. Pass auf, jetzt muss ich wieder eine Rede halten. Ähm, wirklich eine tolle Leistung von euch, diese Züchtung der Früchte. Beeindruckend ist ihr Ausmaß. Und ohne weitere Umschweife entscheide ich, der Gewinner ist die Tomate. Oder vielleicht die Erdbeere. Nein, nein, die Tomate. Warte, da ist doch eindeutig Zauberei im Spiel. Ja, jedes Mal machen sie das. Wieso untersuchen wir nicht einfach, welcher Geschmack am besten ist? Was für eine gute Idee. Kosten wir sie? So können wir doch was essen. Zuerst die Hauptspeise, die Tomate. Ham! Mh, ganz köstlich. Als Nachspeise die Erdbeere. Mh, schmeckt lecker. Mh, ich muss sagen, beide waren sehr lecker. Sie gewinnen beide. Hurra! Hurra! So, wo ist der Pokal? Komme ich etwa zu spät, Eure Majestät? Nein, genau rechtzeitig. Gratuliere, eine glänzende Leistung. Hurra! Hurra! So, als nächstes müssen wir den Piepmatz wieder in Ben zurück verwandeln. Da habe ich eine sehr gute Idee. Wie wäre es, wenn wir beide zusammen zaubern würden? Ja, das macht Spaß. Abra Kasyk, Ben zurück. Das war richtig eklig. Ich musste Würmer fressen, als ich ein Vogel war. Oh, ich fürchte, unser Zauber ist noch nicht zu Ende. Ben hat sich in ein Kaninchen verwandelt. Nun wird er irgendwo hinhoppeln und uns bleibt nichts weiter übrig, als ihn überall zu suchen. Heute haben wir keinen guten Tag. Genauso wie der arme Ben. Ach, Holly, da bist du ja. Ich habe dich wirklich schon überall gesucht. Tut mir leid, Nanny. Ben war einfach weggelaufen und wir mussten ihn unbedingt wiederfinden. Ich verstehe. Und wo ist nun der Frosch, den ich wieder zurückzaubern soll? Äh, hier. Das ist aber ein Kaninchen. Ben war ein Frosch. Dann ein Vogel. Und nun hat er sich ganz plötzlich in ein Kaninchen verwandelt. Wir haben wirklich alles versucht. Was deutlich zeigt, dass ihr beide noch ganz oft zaubern üben müsst. Ja, Nanny Plum. Feen in eurem Alter sollten wirklich in der Lage sein, so einen simplen Zauber auszuführen. Ja, Nanny Plum. Seht zu und lernt. Wenn Ben zum Frosch verwandelt wurde, Abrakosch wird Frosch, solltet ihr ihn nicht in einen Vogel verwandeln, Abrogel Vogel. Und natürlich auch nicht in ein Kaninchen. Kapiert? Abrinchen Kaninchen. Nein. Als erstes musstet ihr ihn wieder zu Ben machen. Abrakosch wird wieder Ben. Hurra! Puh, ich bin froh, dass es zu Ende ist. In meinem Zimmer sind alle Sachen, die ich zum Reparieren brauche. Kleber, Farben, Pinsel. Und Glitzer. Oh, sehr gut. Zuerst muss ich das hier unterlegen. Es darf ja nichts von dem Klebstoff auf den Boden tropfen. Ja. Und wir müssen Schürzen umbinden, damit unsere Sachen nicht dreckig werden. Was nun? Wir setzen die Teile mit Klebstoff zusammen. Pass gut auf. Das geht so. Und eins, zwei, drei. Da, jetzt hält es. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, sie ist repariert. Hurra! Hm. Sie sieht aber noch nicht ganz richtig aus. Äh, dann bemalen wir sie. Ja. Ist das besser? Hm. Da waren noch ein paar Blumen drauf zu sehen. Ich kann gut Blumen malen. So. Mir scheint, dass sie ein kleines bisschen mehr gefunkelt hat. Dann nehmen wir noch Glitzer. Ich liebe Glitzer. Der ist so glitzerig. Fertig. Hurra! Denkst du, deine Mama wird den Unterschied entdecken? Äh. Ja. Wir brauchen anscheinend noch viel mehr von dem Glitzer. Nein, Ben. Wir haben versucht, sie zu reparieren. Doch es hat nicht funktioniert. Dann können wir doch nur noch hoffen, dass Nanny Plum einen Zauber kennt. Du hast recht. Gehen wir also zu Nanny Plum. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Kommst du raus spielen, Holly? Das geht nicht. Spielen können wir aber leider nicht draußen. Wieso nicht? Äh. Daisy und Poppy sind bei mir. Also müssen wir heute hier im Schlosshof spielen. Ah. Die sind wirklich absolut süß. Die sind durchaus nicht süß. Zauberstab haben. Du willst den Zauberstab mal ansehen? Er glitzert so schön, nicht? Bitte sehr. Nicht, Fleur. Ein Kätzchen. Miau. Ich sehe, zu deinen Freunden gehört heute auch eine kleine Katze. Miau. Äh, das ist Fleur. Sie hat Daisy ihren Zauberstab gegeben. Ich verstehe. Kein Kätzchen sei mehr. Komm als Fleur wieder her. Und welcher arme Freund ist in dieses Insekt verwandelt worden? Nein, Mami. Das ist Gaston, der Marienkäfer. Er ist so auf die Welt gekommen. Waff, waff. Ach ja. Natürlich. Hallo, Gaston. Waff, waff, waff. Hört zu, Kinder. Die Zwillinge sind noch sehr klein. Also spielt bitte vorsichtig. Ja, Königin. Und die Zwillinge dürfen unseren Schlosshof auch nicht verlassen. Ja, Mami. Viel Vergnügen. Oh, deine kleinen Schwestern sind sehr ungewöhnlich. Ich weiß ja, dass sie eine Plage sind. Fleur, du solltest auf deinen Zauberstab gut aufpassen. Die Kleinen sind doch aber so schrecklich süß. Ich bin sicher, dass sie mich nicht wirklich in eine Katze verwandeln wollten. Miau, miau. Abstand halten. Karotte kommt hoch. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Wow. Ah, hallo Prinzessin Holly. Guten Tag, Mrs. Elf. Hier lang. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist unser Salatbeet. Alles zurückziehen. Alles zurückziehen. Alles zurückziehen. Alles zurückziehen. Wieso haben Sie einen Schirm aufgespannt? Wir lassen es jetzt kräftig regnen. Mit Zauberei, ja? Wir können ohne Zauberei auskommen, weil wir eine gewaltige Gießkanne haben. Wow. Wow. Heb an. Heb an. Heb an. Heb an. Das ist ja beeindruckend. Wenn du das hier schon so bestaunst, dann warte nur ab, bis du die Tomatenpflanzen siehst. Oh. Das sind die Tomatenpflanzen. Wow. Ich befürchte, wir haben eine Tomatenkäferplage. Oh je. Tomatenkäfer sind ganz wild darauf, Tomatenpflanzen zu fressen. Los, abhauen. Push, push, push. Na sowas, die kommen ja sofort wieder. Ja, wenn wir doch nur einen Weg finden könnten, der Schädlinge Herr zu werden. Au, 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 au. Gaston hat sie alle verscheucht. Natürlich. Für Marienkäfer sind Tomatenkäfer eine Delikatesse. Das war ganz toll. Du solltest bei uns als Schädlingsbekämpfer anfangen. Dann ernten wir jetzt also eine gesunde Tomate. Es kann losgehen. Kann dein Zauberstab fliegen? Zaubern kann er zwar, aber ich glaube nicht, dass er auch fliegen kann. Tja, er muss irgendwo da oben sein. Wenn er doch nur mit uns reden könnte und uns verraten könnte, wo er ist. Nichts leichter als das. Er kann zwar nicht reden, aber dafür kann er etwas anderes, nämlich ein Klingeln ertönen lassen. Sehr gut. Kannst du ihn dann bitte mal rufen? Na klar. Hallo. Zauberstab. Er antwortet mir. Das Klingeln kommt von da oben. Da ist eine Dohle. Und sie hat meinen Zauberstab. Klar, Dohlen lieben alles, was glänzt. Das ist sehr hoch oben. So hoch darf ich dummerweise nicht fliegen. Gar kein Problem. Ich klettere rauf. Vorsichtig, Ben. Keine Sorge, Holly. Elfen sind ausgezeichnete Kletterer. Und ich bin ein Elf. Nettes Vögelchen. Nettes Vögelchen. Wärst du so freundlich, uns den Zauberstab wieder zurückzugeben? Puh, da hatte ich ja Glück. Toll, Ben. Du hast sie ausgetrickst und prompt hat sie den Schnabel geöffnet. Auf so eine Idee wäre ich wahrscheinlich nie gekommen. Äh, ja. Elfen sind bekanntlich sehr gut in solchen Dingen. Wir sollten gehen, bevor die Dohle sich noch irgendetwas Dummes einfallen lässt. Du hast recht. Schwing dich auf, Gaston. Schwing dich auf. 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 Kinder, sprecht mir nach. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Schwing dich auf. Schwing dich auf. Oh, recht knapp, oder? Die Gefäße sind wirklich sehr klein. Ja, wir brauchen mehr davon. Gut, dann versuchen wir das. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Für einen Moment habe ich doch tatsächlich gedacht, wir hätten eine neue Gelee-Flut. Gelee-Flut, Gelee-Flut, Gelee-Flut. Wow! Wow! Die Gelee-Flut. Nanny, das ist jetzt aber zu viel Gelee. Sie müssen das aufhalten. Stück für Stück. Magischer Pudding. Zurück, zurück, zurück. Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Da kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall. Blitzen soll's donnern. Nordwind blass los. Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's. Hurra! Nanny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen. Auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Fertig! Ja. Wollen wir mal sehen, ob die Seife den Fleck rausgewaschen hat. Oh, Daddys Krone ist etwas verbogen. Und seine Schuhe sehen nicht gut aus. Oh je. Sind die Kleider des Königs immer so klein gewesen? Sie sind eingelaufen. Nanny Blam! Sind die Kleider des Königs sauber? Das ist Mami. Ähm, fast fertig, Eure Majestät. Nanny, was können wir jetzt tun? Wer weiß. Vielleicht müssen sie erst trocken sein. Dann kriegen sie wieder ihre normale Größe. Ja, Ben. Ich werde sie mit einem kleinen Zauber trocknen. Der Schneider hat doch aber gesagt, dass wir nicht zaubern dürfen. Ach, ich setze doch nur einen klitzekleinen, schwachen Zauber ein. Ahem. Abracadabra, bald trocken seid. Donner und Blitz stellt Feuer bereit. Nanny Blam, schnell, geben Sie mir das Königs neues Kleid. Unsere Gäste kommen jede Minute. Wo ist das gute Stück? Nanny Blam? Was riecht so verbrannt? Wir haben Daddys Kleid gewaschen. Da ist es eingelaufen. Und dann hat Nanny es mit einem Zauber leider verbrannt. Meine Güte. Ich fürchte, dann wird er seine alten Sachen tragen müssen. Die haben wir vorsichtshalber auch gleich gewaschen. Die sind auch verbrannt. Was? Damit hätte der König nichts anzuziehen? Äh, ja. Hallo. Wo sind meine Sachen? Gleich fertig, Schatz. Ich bin jetzt sauber. Einen kleinen Moment, dann bringt Nanny Blam sie dir. Wie wundervoll, ich dufte. Nanny, rufen Sie den Elfenschneider. Ach, zu spät. Das sind König und Königin Marigold. Ich baue ein Spielzeugauto. Ich bastel eine Spielzeugente. Das wird ein Helikopter. Ein Spielzeugboot. Ich baue ein Spielzeugfrosch. Ich ein Spielzeughasen. Ich baue einen Roboter. Uh. Prinzessin Holly hat noch kein Spielzeug, wie ich sehe. Macht gar nichts. Ich zaubere mir eins. Zing, zang, zingi, zoi. Zaubere Spielzeug, klein und neu. Oh. Uh. Prinzessin Holly. In der Elfenschule ist Zauberei nicht erlaubt. Nur weil Elfen nicht zaubern können. Elfen könnten durchaus zaubern, wenn sie wollten. Doch Elfen tun es nun mal nicht. Und hier sind Elfen. Prinzessin, ich stelle euch diese Spielzeugeule für heute zur Verfügung. Dankeschön, weiser alter Elf. Allerdings den hier werde ich einziehen vorläufig. Nur so lernt ihr das Geschickte, arbeitend auf Elfenweise. Völlig ohne Zauberei. Oh. Keine Sorge, ihr bekommt ihn zurück, wenn der Unterricht zu Ende ist. Mädchen und Jungen, greift jetzt zu euren Hämmern. Und denkt immer daran, schlagt vorsichtig. Vorsichtig. Hallo Nanny Plum. Was ist denn, Ben? Ich habe keine Zeit für Elfen ans Tor zu gehen. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, Prinzessin Holly ist zu beschäftigt für... Hallo Ben. Hallo Holly. Sieh mal, meine neue Uhr. Ist das eine richtige Uhr? Ja. Du kannst sie ticken hören. Oh ja. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Noch nicht. Aber die Uhrzeiten sollen wir heute in der Elfenschule lernen. Ja, und ich glaube, du willst nicht zu spät kommen. Ich bin ein Elf. Elfen kommen nie zu spät. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Ben. Ich würde auch gern so eine Uhr haben. Warum denn bloß, Prinzessin Holly? Wenn ich eine Uhr hätte, wüsste ich, wie spät es ist. Wir Feen brauchen gar keine Uhren. Wir wissen auf andere Weise, wie spät es ist. Wie zum Beispiel, Nanny? Wir haben Pusteblumenuhren. Hier ist eine schöne. Wie kann denn eine Pusteblume die Zeit anzeigen? Wir zählen, wie oft man pusten muss, bis alles weggepustet ist. Sieh her. Eins. Zwei. Drei. Es waren drei Puster. Das bedeutet drei Uhr. Das versuch ich auch. Eins. Das bedeutet ein Uhr. Und ist es jetzt wirklich ein Uhr? Oh nein, nein. Es ist nur ein Spiel. Aber Ben lernt heute richtig, wie man die Zeit ablesen kann. Darf ich auch in den Unterricht gehen? Na schön. Ich bin aber sicher, es macht nicht viel Spaß. Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es zwölf Uhr Mittag. Wird heute überall heiter und eure Majestät. Gaston geht es schon besser. Na bestens. Und das Feenpfund hat an Wert verloren. Ähm, Gaston sagt, dass das Fernsehprogramm ziemlich langweilig sei. Und wie wäre das? Die Sendung sei zu laut. Hm. Wach, wach, wach. Ähm, dieses Programm findet er genau richtig. Wach, wach, wach. Sieh mal, Daddy. Gastons Niesen hat schon aufgehört. So? Äußerst erfreulich. Er wird uns dann wohl verlassen können. Ach, Daddy. Gaston kann nicht nach Hause zurück, bevor seine Höhle repariert ist. Sonst erkältet er sich nochmal. Und dann wird er traurig. Tja, wir wollen natürlich nicht, dass er traurig wird. Wach, wach, wach. Gaston sagt, ihr wärt der netteste König auf der ganzen Welt. Genug, Gaston. Am besten sehe ich mal nach, wie weit die Elfen mit ihrer Arbeit sind. Hallo, weise alter Elf. Wie viel Zeit wird es noch in Anspruch nehmen? Wie wir Bauleute sagen, keine saubere Arbeit entsteht durch Eile. Tja, ich finde, ein bisschen mehr Eile kann nicht schaden. Ich fürchte, dafür sind zu viele Probleme in den Griff zu kriegen, Eure Majestät. Ähm, es wird vermutlich eine verrückte Idee sein. Aber haben Sie schon mal versucht, den Stein über das Loch zu rollen? Haha, ihr habt recht. Es ist eine verrückte Idee. Es wäre doch vielleicht ein Versuch wert. Bei allem Respekt, Eure Majestät. Jeder von uns übt seinen Beruf aus. Ihr seid der König und ich der Baumeister. Natürlich. Hippo, Hippo, Schiff rein, Schiff, Schiff rein, Schiff, 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 Schiff. Hippo, Hippo, nun kipp ihn um, nun kipp ihn um. Prinzessin Holly, würdet ihr uns die große Ehre erweisen, die Burg freizuklopfen? Hihi, hiho, hihi, hihi, hiho. Schiebt hoch, schiebt hoch. Tataa! Können wir jetzt hineingehen? Wie denn? Sie hat keine Tür. Sekunde, das haben wir gleich. Ach, da ist eure Tür. Da wir jetzt unsere eigene Burg haben, entscheide ich, ich bin nicht mehr Prinzessin Holly, sondern ich bin Königin Holly. Und ich bin König Ben. Meine Güte, es ist Zeit, dass wir nach Hause fahren. Oh, Daddy, König und Königin würden gerne noch etwas länger in der Burg bleiben. Die Flut wird aber bald kommen und dann... Bitte, Mr. Elf, bitte nur noch ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen noch. Wir packen ein und ihr müsst sofort kommen, wenn wir euch rufen. Kommen wir. Versprochen. Sieh nur, das Meer scheint ja näher zu kommen. Klasse. Dann haben wir also bald einen Burggraben. Oh, Holly hat ja ihren Zauberstab liegen lassen. Da du gerade Holly sagst, wir sollten die Kinder einsammeln. Ich möchte nicht mehr nach Hause. Ich würde am liebsten hier bleiben für immer und ewig. So, wo waren wir? Erste Zeile. Hokuspokus, Plinkidiplank. Oh ja. Hokuspokus, Plinkidiplank. Nenniplam. Nervtötend. Was will er jetzt schon wieder? Nenni. Ich will eine Tasse Tee. Ja, ja, ich komme. Da kann die Karte ja nie fertig werden. Die einzige Chance ist, dass ich den Zauber selbst versuche. Tja, wie war Nennis Spruch? Äh. Ah ja. Hokuspokus, Plinkidiplank. Äh. Ich versuch. Macht mir eine Geburtstagskarte. Super, duper, Flink. Es funktioniert. Nun macht schon, ihr verrückten Pinsel. Beeilt euch. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aus. Ihr frechen Hopspinsel. Gleich hört ihr einen neuen Spruch. Der wird euch schon richtig Beine machen. Zamm, Kopf, Zipp, Buss, 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 mehr und schneller los. Oh, das geht nach hinten los. Nenni. Teufel nochmal. Psst. Vergesst nicht, wo wir uns befinden. Wir müssen absolut still sein. Wow, ist die groß. Hier stehen so viele Bücher drin. Wie kommt es, dass sie nicht zappeln und herumfliegen? Das sind ja keine magischen Bücher, Eure Majestät. Oh, und wie findet man immer, was man sucht bei dieser Menge? Wir fragen den weisen, alten Bibliothekar. Und wo ist der weise, alte Bibliothekar? Kann ich helfen? Sind Sie der Bibliothekar? Ja. Können Sie uns sagen, wohin die Sterne gehen, wenn es tagt? Ah ja, die Antwort findet sich in der Abteilung Astrophysik. Reihe 9, Signaturnummer 5, 20.3, 4. Hier lang. Wir haben aber schon in so vielen Büchern die Antwort gesucht. So, und in was für Büchern? Zuerst in meinem Märchenbuch. Und auch in den magischen Zauberbüchern. Tja, wir finden verschiedene Bücher für verschiedene Dinge. Hier stehen Märchenbücher drin. Oh, über Hexen. Hier Bücher über Wissenschaft und Technik. Wow, ein Raketenbuch. Da stehen Bücher über Musik. Oh, Volksmusik für Elfen. Wie ich die liebe. Bücher über Tierhaltung. Oh, Hühner. Sehr interessant. Bücher über Gemüse. Oh ja, das ist delikat. Ganz besonders Erbsen. Es findet sich auf alles eine Antwort, wenn es das richtige Buch ist, das man aufschlägt. Ah, da wäre es. Ein Buch über Sterne. Das ist mein Buch über Kind und Technik. journey vor Japan